Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Höffi-Show. Und Sie sehen es, ich bin bewaffnet bis unter die Zähne, habe eine Schürze an und es heißt meistens, ich muss arbeiten. Das mache ich aber sehr gerne heute. Ich bin sozusagen Küchenassistent vom Heiko. Hallo Heiko, schön, dass du da bist. Wo kommst du her? Aus Berlin, Höffner. Das hört man auch. Und von welchem Höffner bist du normalerweise? Am Sachsen da, am Tempelhof. Und bevor wir zu diesem Prachtexemplar zu sprechen kommen, widmen wir uns ganz kurz unserem Highlight der heutigen Sendung. Und das sind diese wirklich fantastischen Messer von Meisterkoch. Und damit Sie erst mal wissen, mit was Sie es hier zu tun haben, würde ich Ihnen so ein paar Preise mal um die Ohren hauen. Wir haben hier dieses Hackmesser, kostet? 29,95. 29,95. Dann dieses schöne Messer, was ich eben schon in der Hand hatte. Wofür nimmt man das? Das ist ein typisches große Filetiermesser. Ein Filetiermesser, das habe ich mir gemerkt. 19,95. Richtig super Qualität, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Dann haben wir hier Steakmesser, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück für? 15 Euro, Toppreis. 15 Euro, richtig, richtig super Preis. Brauchen Sie nichts mehr dazu zu kaufen. Und das teuerste Messer, was wir hier haben, ist dieses, wie heißt das? Santoku-Messer, genau. Ich bin kein Profi. Das ist das teuerste, das kostet 69,95. Das heißt, egal was Sie aussuchen, Sie landen unter 70 Euro pro Messer. Und das ist einfach mal echt ein Knüller. Was die alles können, erzählen wir Ihnen gleich. Zurück zu mir, ich habe nämlich Hunger. Was haben wir denn hier für einen Fisch? Hier haben wir einen großen, schönen Lachs, ja, Wildlachs, aber aus Aquakultur, Bio-zertifiziert. Wir wollen hier raus schöne Lachsfilets bei uns machen, Lachsteaksfilets, ohne Gräte praktisch. Als erstes muss der Kopf ab, arbeiten wir dann mit unserem großen Hackmesser. Schöner Ansicht, schöner Fisch, gleich ohne Kopf. Okay, jetzt ist er wirklich tot. Habe ich kaum ohne Druck gemacht. Jetzt versuchen wir, den Fisch mit unserem schönen Filetiermesser zu filetieren. Okay, machst du das? Ich mache das normalerweise. Wir stechen einfach hier durch und gehen an der Gräte. Wow, das sieht super einfach aus. Also meine Mutter hat mir früher auch mal ab und zu Fisch gemacht. Ich weiß nicht warum, ich mag total gerne Karpfen. Und die war da schon ordentlich am Rödern, aber du bist ja schon durch. Die sind echt super scharf, ne? Jetzt haben wir ja hier, die Gräte brauchen wir ja nicht ziehen. Wir sind ja heute ein bisschen großzügig mit dem scharfen Messer. Gehen wir nur hier runter. Und es gleitet durch wie Butter. Hier müssen wir nachher noch ein bisschen die Gräten ziehen. Den Fisch einfach ein bisschen nur filetieren. Das sieht so super einfach aus. Den heben wir jetzt einfach hier fest. Sag mal Heiko, wie lange arbeitest du schon als Koch? Über 30 Jahre. Über 30 Jahre. Okay. Und die haut jetzt auch ab. Das geht super einfach. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Heiko, ich habe hier etwas gesehen bei den Messern. Und zwar, vielleicht können wir das in der Kamera so ein kleines bisschen einfangen. Das ist wie so eine Wolkenwellenstruktur. Können Sie das sehen? Hier an der Seite. Warum ist die da? Wo kommt die her? Diese Messer sind 67 Mal gefaltet. Okay. Und die härtet. Aber das Besondere an diesem Stahl ist, es ist besonders hart, aber auch flexibel. Wofür ist das gut? Warum muss ein Messer flexibel sein? Wenn du ein hartes Messer hast, das kann dir wegbrechen. Ah. Das wird schneller stumm. Das merkt man sofort. Ganz besonders ist an diesen Messern, die sind aus einem Stahl. Mhm. Können wir auch mal zeigen. Alles ist ein Stück, selbst der Griff. Nur eben die ergonomischen Griffe sind dazu extra mit dreifach angenietet. Ich möchte ein gesundes Essen heute haben. Fisch und Gemüse. Und jetzt müssen wir noch Gemüse machen, ne? Genau. So. Anfangen werden wir mit Champignons. Und nehmen unsere tollen Messer dazu. Jawohl. Dann Gemüsemesser, wahrscheinlich Universalmesser geht immer, oder? Ja, sehr gerne. Hier haben wir unsere Variante. Auch 67-fach gefaltet. Fünf Jahre Garantie. Ein Top, Top, Top Arbeitsmesser für 49,95. Versuchen wir, den Champignons erstmal zu halbieren. Aha. Und den machen wir immer so ein bisschen. Mhm. So stelle ich mir das vor. Ach, das machst du auch mit dem Messer? Natürlich. Also, wir haben im Großteil das ganze Gemüse geschnippelt. Vielleicht packen wir uns so ein paar Gürkchen dazu, aber im Großen und Ganzen sind wir mit dem Essen fertig. Und wir werden das auch kochen, aber das zeigen wir euch dann in einer anderen Sendung. Schaut einfach mal bei YouTube vorbei. Aber wir möchten gerne nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir heute Tolles hier in der Sendung gehabt haben und mit was wir gearbeitet haben. Und das ist die Messerserie von Meisterkoch. Ein paar Preise habe ich mir sogar gemerkt. Dieses großartige Fleischmesser, damit haben wir auch unseren Lachs filetiert. 67-fach gefaltet, das heißt ganz, ganz besonderer Stahl. Du machst das Biegen nochmal, das traue ich mich nicht. Also, eine ganz flexible Klinge und Heiko hat gesagt, deswegen ist es sehr beständig, ne? Ja. Zum Preis von? 9,95. Das ist echt unschlagbar, oder? Für so ein Messer? Das ist der Hammer. Absoluter Hammer. So, unser Hackeball, was wir damit gemacht haben, wiederhole ich nicht nochmal. Sie wissen das alles noch. Für 29,95. Auch eine richtig tolle Qualität. Sehr, sehr scharf. Und so gibt es wirklich für alle Bereiche die tollsten Messer. Und egal, welches Produkt Sie sich aussuchen, alles unter 70 Euro. Fünf Jahre haben Sie Garantie. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß mit uns. Schalten Sie nächste Woche wieder rein. Montag ist Montag und wir haben tolle Produkte bei der Höffi-Show. Und diese tolle Messerserie können Sie wie immer natürlich im Internet kaufen. Geben Sie einfach oben bei Höffner.de im Suchfeld Meisterkoch ein. Oder Sie rufen die Hotline an. Oder Sie kommen einfach vorbei und besuchen uns. Ich freue mich auf Sie. Bis bald, macht es gut.